Da bin ich wieder. Ich kau immer noch einem Schwarzbrot. Hier bin ich, euer Doktor Helge Schneider, mit seiner Sonderausgabe, die lange wicke Schinken knallt. Ich möchte nun etwas ganz Besonderes hervorheben, eine Erfindung aus den 70er Jahren. Das Schweißband für Sportler muss man so im Kopf machen und dann geht man Gewicht heben oder Seiten springen und nachher ist das total voll geschwitzt. Ja, das war es wieder für heute. Und ich sage, bis gleich. Jetzt werde ich aber auch ein paar Turnen machen in der Zwischenzeit. Tschüss. Bis gleich. Ich will jetzt wieder heiße Wixing, die lange Nacht.